Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal ist es von der Simulaunhütte Gravantbahn, also quasi Ötztal, 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 Finchgau und wieder zurück. Davon haben wir ja schon ein Video hochgeladen, aber ich habe noch die Aufnahmen, die der Martin gemacht hat, komplett unverarbeitet, weil die habe ich viel zu spät bekommen und da wir jetzt ja erstmal keine neuen Touren erleben können, aber das ist alles mal ein bisschen auf und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Jetzt erstmal viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja! Ja! Schau! Untertitelung. BR 2018 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 Ja, mega argos, bis zum Eikon. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ja. Ja. Das ist der Weg, oder? Ja. Aber ist hier so. Das ist der Weg. 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 Das ist der Weg bezahlen. Ja! Das war's für heute. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung! 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 Tak! Egen, bleg med bo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, jetzt schafft! 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 Du hast ihn jetzt bereit? Ja! 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 Boah, krass, geil. Was ist das? Musik Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, würde uns sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns doch auch sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!